In Form von Ablaufdiagrammen sieht jeder Mitarbeiter, für was er verantwortlich ist, seine Tätigkeiten, seine Aufgaben, wie er Entscheidungen daraus ableiten kann. Das führt natürlich die Zusammenarbeit enorm. Wie funktioniert die Zusammenarbeit in großen Teams mit einer Prozessmanagement-Software? Ja, sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich einen sehr hilfreichen Leitfaden dafür entwickelt. Dazu nochmal ein bisschen mehr am Ende des Videos. Aber angefangen sicherlich mit der starken Feedback-Funktion in den nächsten. Das bedeutet, wenn jemandem zum Beispiel Verbesserungen oder andere Auffälligkeiten in den Sinn kommen, zum Beispiel an einem Objekt wie einem Prozess oder einem Dokument, dann kann er eine Kommentierungsfunktion nutzen, indem er an diesem Objekt direkt jemanden markiert, beispielsweise über eine Add-Funktion. Man kann es sehr granular machen. Das bedeutet, man kann vielleicht Dokumente, andere Stammdaten dort verlinken auch direkt. Sogar an Prozessschritten, sehr definiert, kann man das Ganze auswählen, wo man zum Beispiel einen Verbesserungsvorschlag hat und derjenige, der dann dort markiert ist oder für den Prozess verantwortlich ist, wird dann benachrichtigt im System. Das funktioniert entweder über eine Push-Nachricht. Das sieht man dann auch im Notification-Center in Enes. Das kann bei Wunsch auch über eine E-Mail erfolgen, von der aus man dann direkt auch zu diesem Kommentar natürlich gelangen kann. Und wenn man nicht direkt dazu kommt, die Aufgabe zu erledigen, die sich aus diesem Kommentar ergibt, dann findet man das auch alles in seiner Kommentarübersicht, eine Art Dashboard im System nochmal wieder. Zweitens, was natürlich die Basis ist bei einem Prozessmanagement-Tool, dass wir die Prozesse darstellen. Das heißt, in Form von Ablaufdiagrammen sieht jeder Mitarbeiter direkt, für was er verantwortlich ist, seine Tätigkeiten, seine Aufgaben, wie er Entscheidungen daraus natürlich ableiten kann. Das sieht er, indem er eine Rolle zugeordnet bekommen hat oder auch mehrere Rollen im System. Das führt natürlich die Zusammenarbeit enorm, dass man dort auf einen Blick sieht, wo seine Verantwortlichkeiten einfach in einem Prozess beispielsweise sind. Der dritte Punkt ist das Aufgabenmanagement in INE selbst. Das ist eine sehr mächtige Funktion, wenn es darum geht, sich gegenseitig Aufgaben zuzuweisen, Fristen dort einzuhalten für diese Aufgaben, das Ganze genau zu erklären, was zu tun ist im System. Das kann resultieren aus Risiken, Audits, das kann aber auch zum Beispiel eine Freigabefunktion sein, an einem Prozess, bevor ein Unternehmen veröffentlicht wird. Und da, ähnlich wie bei der Kommentarfunktion, hat man auch ein eigenes Dashboard, wo man diese Aufgaben übersichtlich dargestellt hat, die Aufgaben abarbeiten kann und sogar auch nachverfolgen kann selber im Nachhinein, wie man selber die Aufgaben erledigt hat und wann. Das ist alles super dokumentiert auch im System, sodass es wirklich gut nachvollziehbar für alle möglichen Interessengruppen ist. Und das Schöne daran, man verliert nie den Überblick über seine To-Dos im System, indem man auch hier über die Push-Nachrichten und die E-Mails informiert wird und auf dem Laufenden gehalten wird und darüber auch jederzeit genau zu der Aufgabe im System springen kann, um diese effizient und schnell zu erledigen. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass vor allem diese zentrale Plattform, wo jeder mit einem personalisierten Zugriff draufkommt, wo man über seine Rollen dann in die Verantwortlichkeiten kommt, die sich dann mit den Kommentaren und Aufgaben im System speisen, dass man wirklich dadurch natürlich den größten Mehrwert hat, diesen Single Point of Truth im System hat und dort jederzeit seine Informationen bekommt, die man hier für eine positive Zusammenarbeit im Team benötigt. Alles weitere lässt sich vielleicht abschließend sagen, könnt ihr in unserem Leitfaden nachlesen, den ihr hier unten in einem Link findet bei uns. Ladet euch den gerne runter. Seht euch weitere Punkte an, die euch bei einer positiven Zusammenarbeit in einem großen Team unterstützen können und wenn ihr da zurückfragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit auch gerne an uns wenden. Wir unterstützen da gerne, gehen da mit euch in den Austausch und freuen uns, wenn wir uns vielleicht mal irgendwann live in einem Termin sehen. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.